Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu We Happy Few. Ja, lehnt euch zurück, holt die Taschentücher raus. Es wird romantisch. Ich überbringe nämlich jetzt meinen angekündigten Liebesbrief meinem kleinen Schätzchen hier. Der wartet schon sehnsüchtig auf mich. Und ja, jetzt werden wir einfach mal schauen, wie der auf unseren hübschen Liebesbrief reagiert. Na, mein Schätzchen, aua. Au, warum, was soll das? Oh, 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 oh. Warum sind da so viele? Warum sind da so viele? Ach, komm, ey. Wie kann ich denn mein Ding hier ausrüsten? Warum haben die mich jetzt angegriffen? Da war doch nur einer. Das verstehe ich nicht. So, sind die jetzt weg? Hui. Hui, hui. Und wir bluten. Das ist nicht gut. Vielleicht mal nochmal einen Healing-Balm hinterherwerfen. Und unseren Dinger hier ausrüsten. Das dauert immer ein bisschen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hin. Der hatte ja gerade Versteckung geholt hier. Das ist ja nicht gut. Warte. First Marriage. Ähm. First Marriage. Naja, um den kümmern wir uns später. Warte mal. Wo war dieser Typ jetzt? Hier, ne? Come and be judged. Ich kann dir jetzt gerade im Moment nicht helfen. Das tut mir leid. DSM-Pill. Was ist eine DSM-Pill? Rock. Was ist das? Eine D-Chest ist locked. Okay. Ich denke, wir müssen, wir brauchen dann ein Basic-Lock-Pick, oder? Vermutlich. Ja. Oh, oh. Hat niemand gesehen. Ja, unser Schätzchen. Achtung, meine Güte. Ui, ui, ui. Was haben wir denn da gekriegt? Rock, rock, rock. Eine Dick, the naughty duck. Okay. This wind up duck attracts attention. Then tear gases everyone in range. Ja, cool. Okay. Eine Gasgranate, äh, eine Tiergasgranate getarnt als Duck. Das ist mal was. Ja. Ja. Ähm. Jetzt schauen wir mal kurz in unsere Crests hier. Die haben wir abgeschlossen. Das ist gut. Ja. Ich denke, das war's. Okay, ähm, genau. Die nächste Crest, wo wir mal machen wollten, war, The Vandals took the handle. Those poor people, their pump doesn't work. Fix the broken water pump. The Vandals took the handle. The Vandals took the handle. Crazy legs. Ähm. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo war diese Wasserpumpe? Warum, warum wird uns, können wir das hier irgendwie markieren? Schade, 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 dass wir das hier nicht, äh, markieren können. Ja, das war diese eine komische Crest, wo ich, ähm, immer noch irritiert bin. Vielleicht weiß ja irgendjemand, äh, was damit gemeint ist, mit diesem Take-One-Item. Weil, keine Ahnung. Okay, ähm, wir konzentrieren uns jetzt aber weiter auf diese Wasserpumpe. Eine, beziehungsweise ich möchte das nochmal kurz lesen. There's really nothing you can't fix with duct tape and then we could all use it. Okay, the pump doesn't work. Some Vandals seems to have taken the handle. Maybe I can make a new one with some bits of metal and duct tape. Eine. Wasserpumpe, Pump Repair Kit, genau, Metal Bits und Duct Tape. Metal Bits und Duct Tape, okay, das ist jetzt doof, da müssen wir nochmal kurz. Was passiert da? Ring the bell? Hm. Passiert gar nichts. Doch, da steht jemand. Ja. Mann, 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 Mann. Ja, ähm, das war eine... Ja. Mein Schätzchen hat sich, äh, ziemlich schnell verkrümelt. Das finde ich schade. Ich habe gedacht, ähm, er bleibt noch ein bisschen länger. So richtig habe ich aber immer noch nicht verstanden, warum er uns da beworfen hat. Aber ich hoffe, ich hoffe, er hat sich jetzt beruhigt und, äh, bewirft uns jetzt nicht mehr weiter mit Steinen. Und wir gehen jetzt ganz, ganz kurz, jetzt dachte ich gerade, der hätte eine Maske auf, das ist aber nur eine Mütze. Wir gehen jetzt noch mal ganz, ganz kurz nach Hause, weil ich brauche ein Duct Tape. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe noch genug, ähm, zu Hause im Safe. Äh, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, muss ich ehrlich gestehen. Ob wir da noch so viel haben? Nein, wir haben nämlich gar kein Duct Tape mehr. Ja, scheiße. Torch. Powercell. Mechanical Parts. Swing Kit. Ja, scheiße, wir haben kein Duct Tape mehr. Hm, das ist blöd. Das ist doof. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jo. Hm. Dann würde ich sagen, wir müssen erst mal was essen. Sehe ich gerade. Erst mal was essen. Und gleich noch was trinken. Und vielleicht noch ein bisschen Healing Balm herstellen. Healing Balm herstellen. DSM Pill. Okay, das DSM Pill ist ein Placebo. Cool. Ach so, diese Gasendchen, diese Gasendchen, diese Granatengasendchen, da mache ich jetzt mal zwei weg. Rubber Duck? Keine Ahnung. Okay. Dann. Ach so, ich wollte ja noch ganz kurz schauen hier. Äh. 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 Zwei Healing Balm. Ein Medicated Balm. Ja, das nehmen wir jetzt mal. Ähm. Und fünf Bandagen. Na, eigentlich brauchen wir nicht so viel, aber gut. Wer weiß, auf wen wir noch treffen hier. So. Also, wir brauchen Duct Tape. Wir brauchen Duct Tape. Und es wird so langsam Nacht. Das ist gut. Dann würde ich nämlich sagen, wir schauen uns noch mal ganz kurz in den Häusern um. Hier unten haben wir alles schon abgesucht, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier rüber, weil da kann es ja sein, dass sie wir noch auf ein paar Häuser treffen. Wir brauchen auf jeden Fall Duct Tape. Zwei Stück, soweit ich mich erinnere. Um dieses Pump Repair, drei Duct Tape sogar, um dieses Pump Repair Kit zu machen. Ich kann mich leider im Moment gerade nicht mehr so richtig erinnern, wo diese Pumpe war. Aber, ja, das war das, da waren wir schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da waren wir schon. Ja, ja, genau. Ähm. Da ist die Pumpe. Moment. All right. Direkt hier. Lutz Bridge. Okay. Hallo. Pick up Blueprint Pump Repair Kit. Okay, das, das haben wir schon. Und wir können die Takedownen. Warum? Takedownen? Wenn wir die jetzt... Oh. Wo ist der andere? Oh Mann, oh, ich wollte euch doch nicht schlagen hier. Mensch. Ja, es ist nichts Persönliches, das sehe ich genauso. Also, jetzt bringen wir die mal weg hier, bevor uns jemand sieht. Das ist nämlich, glaube ich, nicht so gut. Die legen wir jetzt mal hinter das Haus hier. Mensch, das wollte ich nicht, aber wenn die da so... Wenn die da so... Ja, wenn die uns gleich angreifen. Healing Items, give 10% more heals. Ja, cool. Ach, Mensch. Babys. Ich möchte nicht immer so böse sein. Das finde ich wirklich nicht gut eigentlich. Aber wenn ich natürlich angegriffen werde, dann habe ich da leider vermutlich keine Chance. Ein Branch, ein Branch, ein Branch. So viel Branch brauchen wir gar nicht. Das müllt uns nur wieder unser Inventar zu hier. So. Jetzt schauen wir uns die Sache mal an. Broken Water Pump. Okay, wir brauchen einen... Keinen Branch. Wir brauchen wirklich dieses Pump Repair Kit. Hier. Das heißt, wir brauchen Duct Tape. Huch. Na super, das hat sie ja gebracht. Alles klar. Egal. Wurscht. Diese komischen Branches da, das müllt uns nur das Inventar zu. Die mache ich jetzt mal hier hin. Da behalten wir mal vorsichtshalber nur einer. So. Okay. Gut. Jetzt haben wir wieder eine neue Crest, oder? Nee. Das ist Crazy Legs. Da ist Crazy Legs. Aber das ist egal jetzt. Wir brauchen ein Duct Tape. Und zwar wollten wir ja hier runter, ne? So, ich trinke mal kurz was noch. Ach nee, Big Splinter brauchen wir nicht. Canvas Trap. Essen ist immer gut. Ja. Hm. Ach cool, jetzt haben wir eine neue Wasserpumpe entdeckt hier. Hat's hier noch Häuser? Nein. Okay, wir haben es zwei Uhr nachts. Das könnten wir noch schaffen. Da ist nichts. Genau, jetzt müssen wir da vorne rechts. Sind wir richtig? Ja. Genau. Weil da waren, glaube ich, Häuser, wo wir noch nicht drin waren. Wieder eine Wasserpumpe. M.T. M.T. Genau. Genau, da war das eine Haus mit der Telefonzelle. Oh. Oh. Okay. Die haben hier Fallen aufgestellt. Ach nee, da kommen wir, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wir müssen... ...eins weiter durch hier. Ja, die schlachen schon wieder. Schnarcht ruhig weiter. Das finde ich gut. Kann ich nämlich in euer Haus rein hier. Einmal Strange Meat. Wir brauchen Duct Tape. Was ist hier? Ah, poor water. M.T. Oh, increase the speed of disarming traps. Cool. Ja, schnarcht ihr ruhig weiter. Habt ihr Duct Tape, bitte? Ich möchte euch nicht beklauen. Ich möchte nur... Duct Tape. Komme ich da durch? Boah, ist das... Da ist ein Duct Tape. Neximide Pill und noch mehr Metal Bits. When will they stop crying? Ja, das weiß ich auch nicht. Oh, aber ihr... Ja, genial. Duct Tape. Perfekt. Perfekt. Ein Sewing Kit. Ach, das brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir genug. Aber wir haben Duct Tapes. Geilo. Geilo, Geilo. Okay, dann haben wir ja alles, was wir brauchen. Das war erfolgreich, ohne dass sie uns bemerkt haben. Oh, okay. Wir gehen zur anderen Seite raus. Ähm, so. Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool, ja, cool. Okay, hier oben war die Pumpe. Jetzt, ähm, schauen wir mal. Boah, wir sind wieder aufs volle Kanne zugemüllt hier. Aber wir haben ein Pump Repair Kit. Und das, was wir brauchten. Cool, cool. Ja. Und wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge, sehe ich gerade. Und laufen wieder in die falsche Richtung. Wie immer. Das ist typisch. Ähm, genau, ja. Ich würde sagen, ich laufe jetzt mal noch zurück. Äh, zur Pumpe. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal dran machen. Da müssen wir wahrscheinlich wieder die anderen drei Leute erstmal wieder umnähten. So leid mir das tut. Und da haben wir auch ganz umsonst, ähm, ja, da haben wir gerade ganz umsonst uns angestrengt. Und die Leute schön brav um die Ecke gelegt. Aber es hat nichts gebracht. Die sind wieder aufgestanden. Und, ja, deshalb müssen wir diese ganze Prozedur nochmal wiederholen. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und, äh, in dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.